Zum 60. Geburtstag von Lorenz Spring sind wir in der Galerie Karza Nigga und das Motto von heute ist... Ja, was ist das Motto? Ein Blick zurück und einen führt. Du willst mehr als ich. Jetzt habe ich so eine schöne Einleitung vorbereitet, Lorenz. Ich will gerne schnell einen Blick zurück werfen, weil es ist für mich auch ein spezieller Moment. Als ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, war das einer der ersten Künstler, die ich in der Sendung habe. Fasziniert von dort hinweg sehen. Und jetzt, bald 20 Jahre später, Lorenz. Wo hat es dich hantrieben, wenn du zurück schaust und heute in die neuen Bilder hineinschaust? Du hast mir vor dem Gespräch schnell gesagt, mittlerweile explodiert das alles bei mir im Atelier. Ja gut, ich denke, es ist ein Prozess. Oder die Malerei. Man ist so ein wenig am Forschen. Am täglichen Forschen. Und ich finde es eigentlich noch spannend, wenn du die alten Bilder siehst. Wo waren sie wieder hin und wie es heute aussieht. Es ist eine Entwicklung und eine Weiterführung. Eine tägliche Weiterführung. Wie würdest du das jetzt vielleicht den Leuten auch erklären? Wie zeigt sich die Entwicklung für dich? Du wirst ja nicht plötzlich mit anderen Materialien umgehen oder Technik wechseln. Ist es das Verschmelzen von allem, was irgendwie zusammenkommt? Nein, ich denke, es ist die Reduktion, die mir noch wichtig ist. Es ist wie ein Reduzieren. Und das habe ich mit 20 nicht hergebracht. Es war zu schwierig. Und mit 60... Mit 60... Du bist natürlich an einem anderen Punkt. Mit Reduktion bist du auch messerscharf unterwegs. Und ja... Es ist auch schwierig, abstrakt zu malen. Die Serie ist etwas vom allerschwierigsten, komplexesten. Und es ist natürlich schön, wenn es einem gelingt, eine Reduktion auf eine kochen Messlatte herzubringen. Also... Ich hätte schon früher eigentlich wollen reduzieren. Aber es ist... Es ist nicht gegangen. Also früher ist einem natürlich auch aufgefallen, dass du mit den Galagen auch viel Mickey Maus oder Dollarnoten drin hatten. Und jetzt hat man doch ein wenig das Gefühl, die Seerose hat sie gepackt. Also man findet sie überall. Ja, gut. Es ist natürlich auch die Vergänglichkeit des Lebens. Frühere Bilder habe ich ja alte Leute gemalt. Es hat auch mit der Vergänglichkeit des Lebens zu tun. Es ist eine andere Bildsprache. Klar, Seerose denkt jeden an Monet. Das ist logisch. Aber wir gehen jetzt eigentlich um die Vergänglichkeit des Seins. Also meine Seerose explodieren ja im Moment. Das hat eigentlich mit Monet nicht mehr so viel zu tun. Einfach nur noch den Namen Seerose. Aber ja, man kann natürlich klar den Monet drinnen sehen. Wie geht es eigentlich dir so im Künstler-Dasein? Viele sind ein wenig am Abend, haben schwer auch ihre Bilder in Galerien ausstellen. Was macht das mit dir? Ist das jetzt einfach, dass du dann wirklich heinkommst und denkst, wow, ich bin doch ein Siebensiech, jetzt hauen wir da neue Seerose-Bilden raus? Was macht das mit dir? Ja gut, das Schöne ist, es ist eigentlich wie ein Rätsel. Oder Erfolg. Man kann nicht sagen, mal so oder mal so und dann hast du Erfolg. Sondern ich schaue es als ein Geschenk vom lieben Gott im Himmel an. Es ist eigentlich, mir ist es nie verschissen gegangen. Ich habe viele Kollegen, die es wirklich verschissen ist gegangen, die aber gut sind. Und ich kann nicht sagen, was machen die falsch? Also bis zum heutigen Tag kann ich wirklich sagen. Holz allein. Weil ich sehr, sehr viel Glück hatte. Reden wir da vielleicht nochmal über das Bild hier hinten, das du mir vorhin auch gesagt hast. Das war für dich speziell. Wirst du körperlicher beim Malen, kann man sagen? Also gehst du effektiv mit den Fingern und mit den Armen und allem drin? Ja, das ist ja so. Also ich drücke ja die Ölfarbe manchmal auch in die Hang hinein. Du zwei, drei Ölfarben in die Hang hinein drücken und dann gehe ich mit der ganze Energie in die Bilder hinein. Und das macht auch Spass, wenn du mit dem Körper und nicht mit dem Pinsel ins Ganze hineingehst. Und so einfach die Energie gehen suchen. Und Bilder müssen Energie geladen sein. Du darfst nicht schlapp sein, du darfst nicht ausgelagert sein. Du musst geladen sein, dass es ehrliche, echte und nicht dekorative Kunst gibt. Nach diesen 60 Jahren siehst du, wo man sich weiterentwickeln kann? Oder lässt du auch das alles weiter explodieren und entstehen? Ja gut, also die Forschung ist ja immer irgendwo, jeden Tag bist du dran. Ich kann nicht sagen, wie das sich weiter wird entwickeln. Du bist eigentlich am Rausendüftalen, wie das das weitergeht. Das ist wie ein Schriftsteller, der sein Buch schreibt. Und der weiss auch nicht, wie der Krimi fertig wird. Der ist einfach einmal am Mörder, am Definieren und Figuren am Entwickeln. Und so ist es eigentlich auch in der Malerei. Du bist immer am Entwickeln und am Rausendüftalen. So quasi wie die Geschichte, die farblich auf die Gleinwand herattached werden sollte. Also und wenn ihr Lust habt, diese Bilder anschauen bis zum 19. Oktober, habt ihr die Chance hier in der Galerie Carzaniga. Und dann seht ihr den Status Quo, den Lorenz Spring heute hat. Und ich bin gespannt und freue mich jetzt schon, wenn dann die nächste Ausstellung kommt. Lorenz, behalte dein Wesen und bringe mal ein Bild übers Lachen noch rein. Vielen Dank. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.